Ich spiele dieses Spiel gerne mit dir. Wer glaubst du, will gewinnen? Du bist als nächstes an der Reihe. Das war ein guter Zug. Ich glaube, ich bin dran. Gute Entscheidung. Lass mich überlegen. Wie wäre es mit diesem Zug? Du spielst sehr gut. Ich möchte meine Spielfigur nach dort stellen. Das war ein guter Zug. Ich muss mir was überlegen. Ich finde, dass du dieses Spiel sehr gut spielst. Vielleicht können wir ein anderes Spiel spielen.